Hallo, wir sind das Duo Cello Capriccioso, mein Name ist Douglas Vistelli. Ich bin Almut Krausser-Vistelli. Vor 30 Jahren begann unsere gemeinsame musikalische Reise mit einem Konzert in Moskau. Und heute möchten wir Sie ganz herzlich einladen zu unserem Jubiläumskonzert im Kammermusiksaal der Philharmonie. Am 12. November um 20 Uhr spielen wir Werke von Brahms, Warbert, Miaskowski und natürlich eigene Kompositionen. Seien Sie dabei! Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie!